Wärmepumpenheizungen oder Klimaanlagen sind optimale Lösungen in Wohn- und Arbeitsräumen jeglicher Art. Bestehende Heizungsanlagen können mit Wärmepumpen ergänzt oder ersetzt werden. Dank energiesparender, stufenloser Leistungsanpassung sind die Geräte sehr wirtschaftlich, energieeffizient und leise. Als Nebeneffekt entfeuchten sie die Raumluft und filtern Pollen heraus. Da nicht alle Objekte und Materialien dieselbe Luftfeuchtigkeit benötigen, ist unsere Angebotspalette entsprechend umfangreich. Von kleinen Badezimmern oder Kellerräumen bis hin zu komplexen Anlagen in Eistadien oder Produktionszahlen bieten wir ihnen maßgeschneiderte Lösungen. Das unsichtbare und geruchsfreie Edelgas Radon ist radioaktiv und laut der Weltgesundheitsorganisation die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Wenn bei Messungen Radon festgestellt wird, muss dieses mit Spezialgeräten ins Freie geleitet werden. Oft ist es nicht mehr möglich, die Wäsche im Freien zu trocknen. Damit ihre Wäsche trotzdem wie an der frischen Luft getrocknet wird, liefern und montieren wir Raumluftwäschetrockner. Der Energie- sowie Bügelaufwand ist im Vergleich zum Trockner bedeutend geringer. Und als Nebeneffekt wird ihr Keller entfeuchtet. Doch Feuchtigkeit ist nicht nur in Kellern oder bei fertigen Gebäuden ein Thema. Besonders in der kalten Jahreszeit oder nach Regenperioden haben Bauten zu viel Feuchtigkeit eingelagert. Manche Arbeiten können dann nicht wie geplant durchgeführt werden. Entstandene Bauverzögerungen kosten Geld und sind nur schwer wieder aufzuholen. Wir trocknen und beheizen den Bau und sorgen damit für die rechtzeitige und problemlose Realisierung.